Heute geschieht vor unser aller Augen ein Wunder. Ja, man kann sagen, Geschichte. Von diesem 9. November 1989 werden wir noch unseren Enkeln und Urenkeln erzählen. Kannst du laut sagen? Volauke. Blumenpflanzen. Damen. Oh Gott. Im Osten, da haben die Leute eigentlich nur ein Problem. Die wollen Haribo, Golf GTI und Feature Recorder. Wie sie was kaufen können. Und im Westen, wie sie was verkaufen können. Sie müssen Ballast abwerfen, sonst stürzt ihr Ballon ab. Verkaufen sie, was sie können. Wenn mein Mann auftaucht und ich bin noch in der tiefen Entspannung, sagt ihm, er soll sich nicht vom Fleck rühren. Ich habe ein paar wichtige fiskalische Fragen. Mit Klein-Klein kommt man nicht raus aus der Schuldenfalle. Da braucht es einen Befreiungsschlag. Zahle im Bar oder weg. Die Details meines Plans würde ich lieber mit Ihren Vorgesetzten erörtern. Die haben doch alles mitgehört? Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir. Trübe aus Ost-Berlin. Wenn der Frühling kommt, dann fühl ich dich. Trübe aus Ost-Berlin. Wenn ich wiederkomme, dann brennst du. Die Tübe aus Ost-Berlin. Tausend Mord, tausend Gä. Mal erwünscht dir dasselbe. Aufs mein Mund noch nie geschmeckt. Tage Tülpen aus Ost-Berlin. Hallo, wir sind jetzt da. Aber wenn wir stören, gehen wir auch wieder.